Hallo zusammen, ich bin Alex, ich bin Mitinhaber von MyGreek und führe den Betrieb zusammen mit meinem Vater. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört das Grillieren von Pitas zusammen mit meinen Eltern. Das Zusammenkommen zu einer hausgemachten Mahlzeit gehört zu der griechischen Kultur. Mit unseren Ständen sind mein Vater und ich durch die Schweiz gereist, um Jiros und Satsiki mit den Leuten zu teilen. Und jetzt haben wir unsere eigenen Restaurante in Zürich und in drei weiteren Städten. Unser absoluter Highlight ist unser Jiros, ein Klassiker aus Athen. Das Fleisch wird 24 Stunden lang in der Marinade eingelegt und dann über den Spiess gezogen. Das Fleisch wird langsam gedreilliert und dann in die luftig weichen Pitas gewickelt. Als nächstes kommt das Gemüse dazu. Zum Schluss kommt noch eine grosszügige Portion Pommes und eine Portion Knobli-Haltungs-Satsiki dazu, um einen echt geischen Geschmack zu bekommen. Dann wird die Pita gefaltet und es ist die Zeit zum Geniessen. Einen guten Zämon!